Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute nicht alleine bei Firefighting Simulator The Squad, sondern werde unterstützt von lieben Flex. Hallo an der Stelle. Na dir hallo, einen wunderschönen guten Tag, moin. Genau. An der Stelle muss ich leider einmal die Audiotour-Spur rausnehmen, denn ich weiß nicht, ob die GEMA geschützt ist, da da manchmal doch so ein bisschen Rockmusik kommt. Aber, nur dass ihr es wisst, da ist auch Musik im Spiel. Okay. Wir sehen... Da gibt es lieber Safety First, würde ich mal sagen, ne? Genau. Wir gehen hier... Also wir sehen es ja hier, das hier ist sozusagen diese Karte. Man sieht es, ich habe schon ein bisschen gespielt und ich habe schon so ein, zwei Dinge erlebt, sage ich mal. Und da, durch diesen Fortschritt, den man im Spiel hat, schaltet man auch weitere Einsätze frei. Also das hier ist die Anfängermission, Feuertaufe. Und nach und nach schaltet man so einzelne Einsätze frei und damit auch Fahrzeuge. Die man dann nutzen kann. Ich kann das ja einmal kurz zeigen. Wir spielen nämlich gleich mit dem guten Flex Bastelei zu Hause. Und man ist immer zu viert auf dem Fahrzeug und hat dann die Wahl, ob ich hier... Also dadurch, dass ich schon gespielt habe, habe ich hier den Rosenbauer TP3. Das wäre eine Engine. Dann habe ich hier eine Leiter. Die Rosenbauer Wiper. Dann nochmal, also alle Fahrzeuge von Rosenbauer, weil die halt eine lizenzierte Fahrzeuge haben von denen. Dann die T-Rex, sprich die größere Leiter und halt dann noch einen Rescue Truck, also sowas wie ein Rüstwagen. Und dann hat man hier halt die Wahl zwischen Multiplayer und Einzelspieler. Ja, genau. So, und damit wir das natürlich auch machen können, würde ich sagen, starten wir einmal. Nicht wundern, ich verbinde mich jetzt mit dem Flex in einer Multiplayer-Runde. Und dann fährt er uns als Maschinist, würde ich sagen, zur Einsatzstelle. Oder wie siehst du das? Genau, was uns erwartet, ne? Genau. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist halt rundenbasiert. Nicht wie man es aus Notruf kennt. Dass man wirklich auf einer Feuerwache ist, sondern man startet so gesehen jede Mission einzeln. Und ist dann automatisch auf Alarmfahrt. Und startet sozusagen, wenn man der Host ist, so wie Flex jetzt, als Maschinist im Fahrzeug. Und die anderen sind halt dann die Mitfahrer, sag ich mal, die sich dann auf Einsatzfahrt befinden. So. Na, dann gib mal alles. Machen wir erstmal Licht an, ja. So. Genau, alles an. Denn oben, man sieht's oben, wir haben hier einen Timer, der abläuft. Ja, und wenn der, beziehungsweise weiterläuft und man kriegt dann so EP-Bonus, sag ich mal, oder Fortschrittsbonus, je schneller man ist. Also wenn man den Einsatz, die Einsatzfahrt schnell abgeschlossen hat und auch den Einsatz selbst. Wir hören's hier, Blinker ist gesetzt. So, dann drücken wir ordentlich drauf hier, ne? Da bin ich ja gerade dabei, ja. Und das Ding, wo ja, was auch erstmal irgendwie loskommt, ne? Aber ich finde die... Die Rettungsgasse hier vorzüglich. Die Fahrzeuge sind natürlich schon schick, ne? Kann man, kann man nicht sagen. Ja, das sind halt, ähm, so Rosenbauer-Sachen, ne? Also ich spiele hier auch schon ganz weit mit den Gedanken, unseren Kollegen hier zu überholen. Ja, mach doch mal. Ab in, ab in Gegenverkehr. Aber ich glaube, wir müssen eh gleich rechts mal schauen, ob das überhaupt schaffst. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier vernünftig ne... Oh, Verkehrsunfall, schon Minuspunkte. Ich hab doch keinen Beruhig. Minuspunkte, hören wir aber auch. Also, bitte. Hat er sich hier professionell abbremsen lassen. Ich merke das schon. Guck mal, was macht denn der Kollege da vorne? Ja, dann... Seit wann wird denn rechts überholt? Ja, aber trotzdem. Guck mal, wie der die Kurve nimmt. Ja, hallo? Das bestimmt auch so ein 17-Tonner oder so. Ich meine, der könnte ja auch uns wenigstens mal durchlassen. Jetzt hier auch noch ein Tonne. Ich hoffe, die Leute auch... Ja, dann funkt den doch mal an. Ja, du musst ihm ja auch sagen, dass du den überholen willst. Woher soll er es riechen? Hör mal, Uwe. Mach mal Platz da vorne. Siehst du, da fährt er schon links ran. Jetzt musst du, jetzt musst du. Ui, das wird aber knapp mit dem Fahrzeug da vorne. Ja, jetzt, äh... Weiß ich nicht. Shift Boost. Ja, mach ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist wirklich schlimm, wenn man mal ehrlich ist. Komm mal, Leute Platz machen. Oh, Unit 1, Feuerbericht. Die Leitstelle funkt hier. Okay, Evakuierung ist... Ist unklar. Das heißt, wir fahren jetzt hier bestätigt sozusagen ein Feuermenschenleben. Oder was heißt bestätigt, ne? Aber gehen erstmal davon aus, dass nicht alle Personen raus sind. Ich würde sagen, ich sitze ja jetzt hier auf dem Einheitsführerplatz. Zumindest, wenn man es nach deutscher Feuerwehr sieht. Und würde einfach vorschlagen, ich mach gleich eine Lagerkundung vor Ort. Und, äh, man kann die KI ja auch steuern und so. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen, wir zwei Patrioten. Naja, wir lassen uns einfach mal drauf ein. Wir gucken mal, was da so passiert. Genau. Und was das für ein Feuer ist, ne? Ich meine... Willst du vielleicht erstmal... Man hat ja hier in dem Spiel die Unterscheidung zwischen so einer Angriffsleitung irgendwie. Also sprich, wo man dann wirklich die Flammen löscht. Und so einer Versorgungsleitung oder so. Willst du vielleicht erstmal so einen... unseren Tank mit Wasser... Oh! Anfahrt auf Sicht, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall bestätigter Brenz. Oh! Hausbesitzer noch innen drin. Okay. Also ich würde sagen, ich gleich, äh, Lagerkundung einmal drumherum. Vielleicht sieht man was. Du baust Wasserversorgung auf und dann danach gleich, äh, Brandbekämpfung. Ja. Das war aber gerade krasse, äh, krasses in die Kurve reinzleiden, ne? Ja, also du, man muss auch ein bisschen Einsatzbereitschaft zeigen. Ist so. Also ganz ehrlich, ne? Feuer Menschenleben in Gefahr. Was meinst du wie die, die sonst brezeln? Richtig. Das sieht schon. Wie findest du es grafisch? Sei ehrlich. Es ist in Ordnung. GTA für Arme, ne? Richtig. Richtig. Ja, also ich finde, das finde ich wieder schade. So ein bisschen, ne? Also die, der Fahrzeugskin, oh, schnelle Einsatzfahrt abgelaufen. Ja, schade. Wir waren zu langsam. Das kostet Zeit. Oh, Schild ab, Schild umgefahren, hör mir auf. Oh, Mann. So. Und jetzt müssen wir erst mal gucken. Okay, das heißt, wir müssen auch eine Stromquelle finden. Vorsicht, da vorne ist ein Frischgewichtsschild. Nicht, dass er ausrutscht. Ne, da vorne. Und dann starte ich einmal mit der Erkundung. Ich gehe einmal außen rum. Die Versorgungsleitung wird schon aufgebaut für uns. Oh, das ist ein Traum. Ja. Ich mache hier mal... Woher weiß ich denn, dass das hier... Benutze KI-Befehle oben rechts, was? Hier. Die Supply-Line ist bereit, Boss. Ich komme mal direkt hinterher. Okay, die Supply-Line wurde gerade gesagt, ist schon fertig. Also der gelbe Schlauch ist dran. Richtig, ich werde jetzt hier öffnen. Dann machen wir auf. Wenn du schnell Angriff gehen willst. Ne, ne, ne. Ich mache hier erstmal eine Lageerkundung, ob man hier irgendwie reinkommt. So, die Garage konnte ich öffnen. Liegt da wer? Was sind wir denn eigentlich? Sehr stark verqualmt. Ist das hier so, 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 weiß ich gar nicht. Ich finde das komplett ab. Ich erkunde jetzt mal erstmal, wir könnten mal direkt jemanden hier brauchen. Oh, scheiße. Wir haben hier Fässer. Stinkefässer. Ich glaube, die eine... Guck mal, die eine KI ist schon hinter dir. Mach hier mal die Tür wieder zu. Ja, ich suche halt noch den Leuten jetzt gerade, ne? Ja, ja, ist richtig. Aber der Raum hier ist ja nicht gefährdet. Ich höre auch nicht, dass es sich durchzunehmt. Alles gut. Okay, die Fässer hier müssen wir gucken. Ähm. Weil die können explodieren. Ich mache hier mal eine weitere... Ich gehe einmal aus und ums Gebäude herum. Ich werde jetzt erstmal den Strom abstellen, ja? Ja, wenn du da schon Zugriff hast, dann ja. Solche Fenster hier könnten wir übrigens aufflexen. Also die Gitter dran. Hier fehlt uns das Werkzeug. Ja, auf der Rückseite ist ne... Oha. Da bist du. Ja, das Zimmer komplett in Vollbrand. Ja, dann mach hier hinten mal auf, bitte. Ja, bin auf dem Weg. Und dann würde ich auch einen Schlauch anlegen. Oh, ich habe eine Person gefunden. Ja, ja, hinten. Sehr gut, guter Mann. So, wie kann ich denn dem Truppenmenschen hier sagen, der soll mal was machen? Taschenlampe, Befehlsrad öffnen, Leertaste. Und dann sage ich dem mal hier, meinen Jungen, Feuer. Kein Druckschlauch gefunden, es wird ein neuer gelegt. Sehr schön. Die KI erkennt jetzt halt, ob schon ein Schlauch vorhanden ist, den sie nutzen kann. Und wir nehmen uns hier diesen Druckschlauch. Ich bin das von Notrufen auch so gewohnt, dass man einfach nur E drückt und dann das schon hat, so. Ja, die Frage ist jetzt halt, ob mehrere Personen dort drin sind. Ja, weiß ich nicht. Bei uns steht jetzt als Einhensatz erstmal nur, lösche Feuer. Sonst wird da, glaube ich, auch irgendwas mit Menschenrettung stehen. Würde ich jetzt behaupten. Sehr schön. Da haben wir auch schon Wasser. So, ich bin ein bisschen langsam heute. Helm, Taschenlampe machen wir gleich an. Hier, Rauchgase niederschlagen. Ich glaube, das geht nicht. So, rein. Wie sieht es hier aus? Warst du schon überall drin? Soweit eine Person gefunden, die ich jetzt rausgebracht habe. Aber du warst schon überall. Also in allen Türen. Weil du hast hier keine Kennzeichnungen gemacht, ne? Also keine Tür-Kennzeichnungen. Bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Ja, dann komm hier raus. Dann lass uns hier die KI unterstützen. Die löschen hier nämlich schon. Oder wollen wir selbst einen Zugriff machen? Guck mal hier. Ja, ja, ja. Da durch. Und wenn du die Tür öffnest. So, pass auf. Ich mach auf und du machst dann gleich drei Sprühstöße rein. Ja, du warst dabei. Ja, wenn ich die Tür aufmache. Wir wissen ja, dass die heiß ist, so verkohlt wie die ist. Nein, nicht. Scheiße. Scheiße. Ich bin einfach überfordert hier mit dem Spiel. Wie mache ich das? Tür öffnen? Ah, Durchzündung! Okay. Vielleicht sollten wir die Tür wieder zumachen, oder? Also... Kriegen wir abgelöscht. Ich bin eh nicht connected. Also mein Tank hält nicht mehr so lange. Wie, du bist nicht connected? Ich bin auf einem anderen Fahrzeug. Das ist schlecht. Kannst du da einen Befehl geben? Nee, das... Die Truppen über das andere Fahrzeug besitze ich ja nicht. Kannst du hier die Stellung halten, dann gehe ich mit zur KI rüber? Ja. Sehr gut. So, Männers. Ich lass mal den Kopf unten hier. Gehen wir nach da hinten hin durch. Nee, ist aber... Hier ist eine ganz schöne Feuerwand. Mann, 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 Mann. Hör mir auf. Da denkst du nicht dran. Lösche das Feuer im Wohnzimmer. Alter, einfach nur alles schwarz-weiß. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Also, ich finde hier mein... Mein Zugriffstrupp hier... Schnelle Mission-Zeit abgelaufen. Alter, wie schnell soll man denn sein? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wahrscheinlich waren wir auch zu lahm. Wahrscheinlich darfst du so... So ein 360-Grad-Check, wie sich das hier heißt. Also, sprich, die Ortsbegehung aus Notruf. Vielleicht darf man sowas nicht machen. In der Küche. Und ich hab kein Wasser mehr. Ja, dann macht er die Tür zu. Geht das? Oh mein Gott, schnell. Hier steht irgendeine Info. Ach, ich komm grad nicht ran an die Info. Teamarbeit. Befehle die KI zum Löschen. Ja, hier hin. Männers. Warum geben die mir denn solche Tipps? Hier, los, löschen. Und zwei auch. Nein, nicht Werkzeug ablegen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin mit dir, Boss. Leid den Weg. So, Strahlrohr wieder aufnehmen. Ich bin übrigens der schlechteste Feuerwehrmann in den USA. Alle sagen das, oder was? Ja, ja. Jetzt hier beim Wohnungsbrand schon fünfmal das Ding hier abgelegt. Strahlrohr, die Schlauchleitung. Ich bin jetzt hier auch wieder... Hab wieder Wasser jetzt. Sehr gut. Ja, du musst da jetzt mal irgendwie einen Zugriff machen. Ui, 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 ui. Jetzt sind es hier wieder komplett bei uns. Also, du sollst nicht rein. Zugriff sagt er und dann... Du sollst auch nicht rein. Ich glaub, das fängt oben schon an zu brennen, Thilo. Gibt's hier überhaupt einen oben? Also, klar, es gibt hier eine Decke. Glaub ich, hier gibt's einen Treppenhaus, ja. Wahrscheinlich bricht hier gleich dieses ganze Spiel ab. Sieh, sieh, haben wir wieder eine ganz schlechte Erkundung gemacht. Wir wissen gar nicht, ob's hier eine Decke gibt. Ihr müsst mir mal den Durchgang hier ein bisschen frei machen. Ja, ich halte da drauf, aber ich hab da... Ah, jetzt hab ich einen Geschaffung. Oh, Durchzündung. Hinter dir, Johnny. Muss, äh, Flex. Muss, äh, hier, ne, hier. Private, äh, Informationen hier geben. Ich merk das schon. Hör mal, hör mal, ne? So, ich schick die mal einen rüber. Das wird sich ja mal gut an. So, Lila, Lila löscht mit dir. So, siehste, wir haben das doch hier voll drauf. Also, man sieht schon, das ist nicht so einfach, möchte ich meinen. Oh, Ehre. Sehr schön. Ja, Feuer aus. Ein bisschen runtergekommen. Gar kein Problem. Erstmal Nachbesprechung jetzt. In drei, zwei, eins, Nachbesprechung. Und, was sagst du? Mal gucken, wie ich da so rausgehe. Da qualmst du noch ein bisschen, du. Marshalom. Alter, weiter. Was, was, was würdest du sagen? Ist wild, oder? Guck mal, wie das Wasser so hoch fliegt. Das hab ich immer gemacht, da hast du dich aufgeregt. Ja, ne, an sich ein ganz interessanter Einsatz. Mal gucken, was gleich kommt, oder? So, jetzt, jetzt schauen wir mal. Ja. Hey, ich konnte mir gar nicht anklicken, was da hier, anschauen, was da jetzt war gerade. Ja, ihr habt 1250 Punkte gemacht, ich glaube. Und du hast, glaube ich, auch ein neues Fahrzeug freigespielt. Oha. Also, bei mir Rosenbauer TP3, da blinkt das Ausrufezeichen. Was hast du denn jetzt? Wahrscheinlich die Viper, ne? Weiß ich nicht, ich hab jetzt hier eine neue Mission. Ja, dann klick die doch mal an. Und, äh, wollen wir die jetzt noch machen, oder im nächsten Video? Die können wir jetzt noch machen, ich glaub, das ist gut, ne? Mach die Schotten nicht. Na klar. Wir sind immer noch mit dem Rosenbauer TP3 unterwegs. Ja, hast du mal? Ja, fangen wir einfach mal an, gucken, was uns erwartet. So sieht's aus. Also, das ist ein Plan, würde ich sagen. Man muss ja auch mal ein bisschen durchziehen, weißt du? Ja, so ein bisschen, also ganz ehrlich, manchmal muss man Dinge tun, die man tun muss. Genau. Schlaue Zitate. Chaochi, an welchen Tag haben wir das? Weisheiten mit Chaochi. Manchmal muss man Dinge tun, die man tun muss. Ja. Ja, dann drücken wir ordentlich drauf. Im Lakeview Park starten wir. Oder ist das unser Ziel? Ich bin nicht der schlauste Feuerwehrmann. Okay, wir haben hier, wir haben hier eine Situation. Also, ich glaube, unser Ziel ist es, erst mal wieder auf Einsatzfahrt unsere sehr schnelle Drehleiter zu gehauen. Ja, dann mach das doch mal hier. Rechts vorbeiziehen. Ist auch meterweise Platz. Guck mal, Anfahrt auf sich, da hinten raucht schon was. Jetzt musst du mal Gas geben. Ja. Nicht so weit links. Oh, Außenspiegel kaputt. Mach die Versicherung. Ist so, ich glaube auch. So, rechts rum um die Kurve. Nicht so schnell, nicht so schnell, wir müssen hier rum. Ah. Alter, für eine Marschalom. Ja. 5000 Verkehrsunfälle bei mir gerade in der Anzeige. Nein, das sind zwei. Bei mir sind es drei. Wir wollen doch die schnelle Anfahrt haben, Tele. Ja, dann musst du jetzt mal draufschuten. Ich ging es sogar nicht. Denk dran, das ist ja so eine, eigentlich so eine, so eine gewisse Regel. Man muss, wenn man Auto fährt und man fährt links, blinkt man links, fährt man rechts, fährt man, blinkt man rechts, ne. Aber wenn man gerade ausfährt, um das den Leuten zu symbolisieren, gerade bei so einer Einsatzfahrt, Wadenblinker. Ja. Ja, ist so. Ja, aber nur, nur wenn wir gerade ausfahren. Oh, ich sehe schon, wir semmeln uns hier gleich gegen so ein Auto. Du musst halt einfach mal dran glauben, ne. Ich glaube ja an alles. So, da hinten. Rechts! Alter, finde. Oh, das sind Zivilisten damit, genau. Ja, okay, wieder drei Verkehrsunfälle, also wir kriegen hier richtig Punkt abzu. Ich habe doch nichts berührt, also ich darf doch wohl darum bitten. Also, das sehen die ein bisschen falsch, das ist wahrscheinlich ein Programmierfehler. Ich weiß nicht. Du fährst wie der Uli, ne? Ja, aber der Uli, der schafft es wenigstens immer pünktlich einen Einsatzort. Ne. Ich glaube, ich nenne dich jetzt nur noch Uli. Was ist denn mit dem? Ja, keine Rettungsgasse, muss man ein bisschen Bullhorn. Ja, genau. Und jetzt links rum. So, rechts ist frei. Oh no, der Hausbesitzer und weitere Menschen werden im Gebäude vermisst. Na gut, dann machen wir das so. Ich nehme mir Halligan Tool, du gehst direkt mit Schnelleangriff ran. Dann gehen wir direkt rein, dass wir die Zufall finden. Flexen gleich alles auf. Flexen? Ich hatte jetzt einfach das... Wobei, nachher geht das nicht mit der Flex. Nimm mal ruhig nur Halligan Tool. Ja, wollte ich gerade sagen, ne. Du brauchst aber ganz schön lange wieder, ne? Also, du bist richtig schneckig. Ja, Mensch, ich fahre hier mit 65 Mils per Hour. Was, was ist das in KMH? Weiß ich nicht. Ne? Schlecht. Wie viel ist es denn, Chaochi? Das möchte ich jetzt hier so nicht sagen, sonst kriegen wir eine Anzeige aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitung. Dispatch zu Unit 1. Kopie das. Acknowledigt, Unit 1. So, unsere... Na, schau mal hier, unsere Kunden geben schon Rauchzeichen. Eigentlich praktisch, ne? Dispatch zu all Uniten. Unit 1 auf der Saison, um die Handlung zu erinnern. Das kostet Zeit. Wieder Verkehrsunfall... Also, du schaffst es, auf einer Anfahrt neun Verkehrsunfalle zu bauen. So, raus mit euch. Ja, dann, äh, los. Bitte. So. Okay, da haben wir safe im Dachgeschoss wen. Ich würde sagen, äh, angeleitert ist. Ne Axt brauch ich nicht. Wie mach ich denn das? Hier, bauen die ne Supply Line auf. Supply Line. So. Oh, Tilo, ich bin ready. So, Supply Line is ready to go, Boss, haben sie gerade gesagt. Das ist schon richtig eigentlich, dass die gleich... Die wissen gleich, wer hier das Sagen hat. Ich würde schon mal öffnen. Brauch dich jetzt, Tilo. Ich brauche dich, beil dich. Wo brauchst du mich denn? Ich brauche dich jetzt bei der Haustür. Wieso bei der Haustür? Geh oben hin, oben sind die Personen. Kann ich das markern? Ich bin auf. Ich bin auf. Oh, ja, ich seh, ich zerbrech das Fenster. Ja, wenn du kannst, klar. Haben wir eine Drehleiter? Drehleiter. Ja, wie soll ich dir herunterladen? Ja, komm. Oh, oh. Mal schauen. Oh, schau, schau mal, oder seht mal hier, wie das Wasser hier an der Tür, wir sprühen hier mal gegen die Tür und wie das Wasser jetzt wieder verschwindet. Das heißt, da sind, ist ein bisschen kuschelig innen drin. Ich würde die Tür jetzt mal aufmachen. Scheiße, mir fehlt hier ein Werkzeug. Unten war ja Tür. Ich komme nicht rein. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bewusstloser im Schlafzimmer, Badeschlosser. Badezimmer und in der Küche eingeschlossen. So, wenn du aufgebrochen hast, ich mach gleich, ey, voll rein. Ich komme direkt wieder hoch. Ist hier dicke Brandbekämpfung. Ja, Menschen retten jetzt erstmal im Vordergrund. Sehr gut. Irgendwer hat wen gefunden? Ja, ich, den zweiten. Das hast du auch okay gemacht. Ich merke das, ne, also... Ich würde jetzt noch nicht sagen, war gut. War mittelmäßig. Man kann, man kann mal sagen, okay. Er hat es versucht, ne? Oh no, da kann ich noch nicht rein. Ist noch zu heiß. Die Tür auch hier im Vollbrand. Ich weiß nicht, sonst musst du mal versuchen, ob du dann von oben einen Angriff starten kannst hier. Ja, mach ich gleich mal. Wo sind die KI eigentlich? Sind die hier schon am Löschen? Ah, die KI löscht schon von innen. Sehr gut. Also ich finde, da merkt man doch einen Unterschied zu Notruf. Ich finde nämlich, da ist irgendwie das Löschen cooler. Hier habe ich ja so ein Zeichen, was mir das dann zeigt. Und wenn das so heller wird und dann aufklingt und aufleuchtet, dann weiß ich, okay, geschafft. Dafür sind hier natürlich, finde ich, das Coole die Physik-Engine. Also allein, dass ich hier an der Wand Wasser gegen sprühe. Ich sehe einen Fleck an der Wand. Und je nachdem, wie heiß es ist, verschwindet dieser Fleck wieder. Das finde ich, ne? Hier muss man machen. Und jetzt lass mal los. Und der verschwindet wieder, weil es halt im Inneren des Gebäudes so warm ist. Denkt dran, Helmlampe anschalten. Dann siehst du mehr. Du weißt ja, nachts ist es kälter als draußen. Richtig, nachts ist es kälter als draußen. Und... Weiß halt nicht, Chauchy. Jaja. Und deshalb... Oh, hier hatten wir hier gerade so eine Ego... Ego-Strahlrohransicht. Ach krass, ich kann halt sogar in die Ego-P... Ne, doch nicht. Oder? Eigentlich schon. Ne. Ne. Oh, ich habe dich angesprüht, Lila. Lila muss raus. Lila ist angesprüht. Opfer in der Küche. Eine verletzte Person. Sehr schön. Hauptsache, wir haben das Opfer in der Küche. Ja, dann können wir das hier ablegen. Wie lege ich das? Ist das jetzt gar? Ja, je nachdem, wie verraucht das da ist, ne? Oh, der lebt noch. Ich öffne jetzt mal Fenster. Junger Mann, wir müssen jetzt hier umgehend raus. Folgen Sie mir mal. Ich öffne mal Fenster. Fluchthauben werden überbewertet. Wo ist er denn jetzt? Folgt der mir? Ja, da ist er. Hier, komm los. Ab, 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 ab. Schnell. Kommen Sie mit. Also da wäre es halt schön, so eine Fluchthaube oder so, ne? Irgendwas, was man noch... Weil das ist ja jetzt... Schau dir mal an, wie das da raucht. Holst du schon mal einen Hochleistungslüfter raus? Ja, was denkst du? Das muss entlüftet werden. Können Sie es auch nicht so stehen lassen. Wir sind hier in Amerika. Wir sagen, ähm, nein. Schade. Ja, war doch ein schöner Einsatz. Klick mal nicht auf Weiter, falls du das jetzt bestimmen kannst. Alles gut. Im Cut, weil dann können wir uns das noch mal anschauen. Ich weiß auch nicht, hörst du auch immer so ein... Als ob hier ein Flugzeug drüberfliegt. Immer so... Ja, ja, aber wir finden es eigentlich die Dazer. Schassier. Weiß ich nicht, bin ich noch nicht so überzeugt. Damit kann ich Morse-Zeichen senden. So. Ankunftszeit haben wir hier. Ich hab sogar ne Steam-Errungenschaft freigeschaltet. Wir waren trotzdem noch von der Fahrzeit her schnell. Also man sieht, dass je besser man ist, desto höher sind auch die Punkte und desto besser levelt man dann am Ende des Tages. Richtig. Und wir sind hier bald auf Level 18, so wie ich das sehe, glaub ich zumindest. Ankunftszeit war okay. Hätte noch ein Tucken schneller sein, damit wir wirklich die super, mega schnelle Fahrzeit hinkriegen. Mhm. Und wir haben echt Glück, Wasserverbrauch und so. Wir gucken mal, nur 152 Liter kann irgendwie nicht sein, aber ist okay. Ich meine, wir haben vier Strahlrohre im Einsatz. Ja, vor allem auch das Wasser im Schlauch. Du verbrauchst ja also in den USA sehr deutlich dickere Schläuche. Und da verbrauchst du allein diese 152 Liter, damit überhaupt was am Strahlrohr ankommt. Richtig. Aber ich find das cool hier, diese kleine Statistik, so geöffnete Türen, gerettete Opfer, geöffnete Fenster und auch zerbrochene Fenster. Jetzt ist natürlich die Frage, ob zerbrochen bedeutet, von dir selbst aufgebrochen oder halt aufgrund der Hitze. Ja, um oben reinzukommen. Ja, aber ist auch an sich ganz schnaffter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Firefighting Simulator The Squad wieder. Bis dahin, tschüss. Adios, ciao.